Das ist eine junge Dame, die Sie sprechen möchte, Mr. Holmes. Nicht jetzt, ich bin jetzt gerade sehr beschäftigt. Sie wirkt außerordentlich gebildet. Eine wirkliche Dame. Sie sagten es. Und sie meint, es wäre dringend. Mrs. Hudson, es ist auch extrem dringend, wie Sie wissen sollten, wenn ich an einem Fall arbeitete. Verzeihung, mich treibt stärkste Besorgnis, Mr. Holmes. Sonst würde ich Sie nicht an einem Sonnarm zu stören wagen. Vielleicht, wenn Sie die Reaktion später, ging es doch auch noch. Also gut. Nehmen Sie Platz, Miss... Violet Smith. Dr. Watson. Danke, danke, Mrs. Hudson. Eine wirkliche Dame. Oh, bitte. Danke, aber mir reicht dieser Stuhl. Nun, so sei es. Miss... Miss... Jetzt möchte ich gern hören, was in Ihnen solche Besorgnis weckt. Es ist gewiss nicht Ihre Gesundheit. Wer Rad fährt wie Sie, ist ein Mensch voller Energie. Ich fahre Rad. Woher wissen Sie das? Die Auffrauung Ihres Schuhleders an je einer Seite verursacht durch Reibung der Pedale. Exzellent, Watson. Ich würde das auch sagen. Oh. Ja, ich fahre wirklich gern Rad. Und wenn die Strecke zu weit dafür ist, nehme ich es sogar mit in den Zug. Es ist meine Passion, alle Details zu beachten. Zunächst hätte ich beinahe angenommen, Sie verdienen sich den Unterhalt Ihres Lebens mit Maschine schreiben. Aber nein, es ist offensichtlich Musik. Sehen Sie selbst, Watson, die besondere Form der Finger, die auf beide Tätigkeiten schließen ließe. Jedoch betrachten Sie, wie durchgeistig das Gesicht ist. Vom Maschine schreiben kann das nicht herrühren. Diese Dame ist eine Musikerin. Ja, Mr. Holmes, ich gebe Musikstunden. Und auf dem Lande, zweifellos nach Ihrer Gesichtsfarbe. Na, bei Farnem, auf einem Landgut in Surrey. Mr. Holmes? Ja. Aber bitte, jetzt möchte ich erklären, warum ich hier bin. Ich bin das einzige Kind. Und mein Vater starb vor wenigen Jahren. Sein Name und was tat er? James Smith. Und er hat ein Orchester dirigiert, das vom alten Imperial sierte. Oh, das gute alte Imperial. Ja. Bitte so weiter. Meine Mutter und ich, wir lebten von da an ganz allein auf der Welt. Es gab zwar noch einen Onkel, Ralph Smith, aber der war in Afrika 15 Jahre schon. Und wir haben niemals ein Wort von Ihnen gehört, obwohl wir Weihnachtskarten und Fotos schickten. Mr. Holmes, ich hoffe, Sie verstehen. Sie, denke ich, wollen mir sagen, Sie und Ihre Mutter sind sehr arm. Auch wenn Sie eine wirkliche Dame sind, klug und mit Talent. Wir waren arm, Mr. Holmes. Ja. Etwa vier Monate ist es hier. Im Februar war es. Da überraschte uns eine Annonce in der Times. Nach unserem Aufenthalt wurde gefragt. Sie werden verstehen, wie aufgeregt ich war. So etwas geschieht doch eigentlich nur bei einer Erbschaft. Ich ging gleich zu dem Anwalt, dessen Name unter der Annonce stand. Das ist Miss Violet Smith. In der Kanzlei des Anwalts warteten bereits zwei Männer auf mich. Ein Mr. Cursor und ein Mr. Woodley. Sie waren soeben aus Afrika angekommen. Ich wünschte, ich könnte sagen, Ihr Onkel hinterließ ein Vermögen für Sie. Aber leider... Er ist leider in großer Armut gestorben. Er war aber ein Freund von mir und ich bin nicht ohne Mittel. Meine Mutter und ich, wir leben auch so nicht schlecht. Ach, gewiss. Und ich bin kein Wohltäter. Ihr Onkel Ralph sagte, Sie wären sehr musikalisch. Sind Sie Lehrerin für Musik? Ja. Miss Smith, ich habe meine Frau verloren. Meine Tochter ist zehn Jahre. Klein Sarah. Sie braucht Musikunterricht. Sie sehen also, ich biete keine Wohltätigkeit. Es ist Arbeit. Er will, dass Sie für ihn arbeiten. Und in welcher Gegend von London ist Ihre Wohnung, Mr. Cursor? In keiner. Ich habe ein gut etwa sechs Meilen von Farnham in Surrey, die Children Ranch. Aber das ist unmöglich. Da wäre meine Mutter ja allein. Ich bezahle Ihnen 100 Pfund im Jahr. 100 Pfund im Jahr? Oh ja. Etwa das Doppelte von dem, was üblich ist, glaube ich. Mindestens. Und Sie haben auch akzeptiert. Sonst würden Sie ja nicht hier sein. Ja. Ich habe akzeptiert. Da Mr. Caravans auch einverstanden war, der sich jedes Wochenende meine Mutter besuche. Dann wäre dies einer Ihrer Wochenendbesuch in London. Ja. Erzählen Sie mir über Ihr Leben in Children Ranch. Für eine Weile war alles ganz normal. Jeden Montagmorgen nahm ich den Zug nach Farnham und fuhr dann mit dem Rad von der Bahnstation aus. Mr. Caravans war zufrieden mit meiner Arbeit. Er behandelte mich freundlich und rücksichtsvoll wie einen Gast. Eine wahre Idylle? Das war's. Was verdarbt den Frieden? Ein Besucher. Mr. Woodley. Schon wieder gut geraten, Mr. Holmes. Miss Smith, ich habe kombiniert. Erzählen Sie über diesen Besuch. Er kam an und bleiben wollte er eine Woche. Mir kam es vor, als wären es Monate. Eines Abends, nach dem Dinner, da gab es sich, dass Mr. Caravans und seine Zeit lang allein lassen musste. Man möchte mit Ihnen sprechen, Sir. Würden Sie mir bitte nicht den Rauch ins Gesicht blasen, Mr. Woodley? Und Sie wollen, dass ich Ihren Worten glaube? Was ich sag, meine ich. Wenn Frauen sagen, dass sie irgendwas nicht wollen, dann meinen Sie meist genau das Gegenteil. Ich meine ganz genau das, was ich sage. Mr. Woodley, bitte lassen Sie mich jetzt allein. Nein. Das Letzte, was ich will, ist, Sie allein zu lassen. Nicht, bevor Sie reingeschaut haben in mein Herz. Was wollen Sie von mir? Dass es mir an feinen Manieren fehlt, weiß ich, aber ich bin bereit zu lernen. Sie müssen es mir nur beibringen. Oh, das ist absurd. Das ist nicht absurd. Ich bitte Sie nur, meine Frau zu werden. Ich meine es ernst. Und biete was. Wohlstand ist kein Problem. Ich habe viel Geld gemacht drüben in Afrika. Was immer Sie sich wünschen, Sie bekommen es. Und Sie kriegen noch mehr, als Sie sich wünschen werden. Du bist ein bisschen, Duwelen, Diamanten. Große Diamanten. Die herrlichsten der Welt gebe ich Ihnen. Ich will von Ihnen keine Diamanten. Denken Sie noch mal drüber nach, so lange warte ich. Da denke ich nicht mehr drüber nach. Ich finde Ihre Idee lächerlich. Einfach lächerlich. Und ich werde es immer wieder versuchen. Sie sind eine wunderschöne Frau. Hören Sie. Zeigen Sie mir wenigstens, dass ich Ihnen nicht ganz missfalle. Mit einem kleinen Küsschen wäre es ja schon getan. Auf die Wange reicht es schon. Mr. Woodley, bitte hören Sie damit auf. Wenn das eine Frau sagt, meint Sie, dass sie doch... Nein! Je mehr Sie sich wehren, desto mehr Spaß macht es mir. Mr. Kurzer, helfen Sie mir. Verlassen Sie mein Haus. Jawohl. Ich werde gehen. Ich bin nicht interessiert an alten Männern. Und an alten Jungfern. Mr. Woodley verließ das Haus. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Schweinehund. Brotzen. Hat sich seither in dem Verhalten von Mr. Carassas etwas verändert? Nein. Oh nein, er ist nach wie vor höflich, rücksichtsvoll und freundlich. Tja, Miss, Miss, gibt es denn dann noch etwas? Ja. Ja. Da ist noch etwas, scheint es. Es mag sein, das ist nur Einbildung von mir. Aber es sieht für mich aus, als zeige Mr. Carassas großes Interesse für mich. Oh, er hat nie etwas davon gesagt. Er ist ein vollkommener Gentleman. Aber eine Frau, die spürt so etwas. So ist es, Miss Violet. Und ich nehme an, dass Sie die Gefühle, die Sie bei Mr. Carassas spüren, nicht erwidern. Er ist ein Mensch, den ich durchaus bewundere. Aber ich bin bereits verlobt. Oh, der Name dieses beneidenswerten jungen Mannes? Sir Martin. Er ist Elektroingenieur bei Midland Electric Company in Coventry. Gegen Ende des Sommers wollen wir heiraten. Ich wünsche viel Glück. Danke. Aber ich verstehe nicht recht, warum Sie zu mir gekommen sind. Das ist eine fesselnde Geschichte. Das ist wahr. Nur was ist es, dass Sie fürchten? Sie haben doch keinen Grund. So wie es sich mir darstellt, sorgen Sie doch sehr gut für sich selbst. Bitte. Helfen Sie mir, Mr. Holmes. Was ist denn? Ich werde seit einer Weile verfolgt. Verfolgt? Von wem? Ein Mann auf einem Fahrrad. Jeden Samstagmorgen fahre ich mit dem Fahrrad vom Haus zum Bahnhof Farnham, um den Frühzug in die Stadt zu erreichen. Zwischen der Carlington-Heide und den Wäldern von Carlington-Haus gibt es eine einsame Strecke. Da ist im Allgemeinen keine Menschenseele zu treffen. Vor zwei Wochen aber, als ich gerade an dieser Stelle war, sah ich zufällig zurück. Und erblickte einen Mann. Ebenfalls auf einem Rad. Und am folgenden Montag, als ich zurückkehrte, fuhr er mir wieder nach. Und dann? Und am nächsten Sonnen war es wieder so. Und genauso dann am Montag. Weiß Mr. Carras schon Bescheid? Ja, er hat sich sehr besorgt gezeigt seitdem. Ich soll jetzt einen Wagen nehmen, dass mich der Kutscher beschützen kann. Aber wir haben noch keinen Wagen. Beschreiben Sie mir doch bitte diesen Mann. Auch wenn Sie ihn nur aus der Entfernung sahen. Aber er trägt einen dunklen Anzug. Er hat eine dunkle Brille auf und er hat einen Bart. Jung, alt? Ich würde sagen, mittleres Alte. Nun, dann lassen Sie mich mal prüfen, ob ich es richtig sehe. Hier ist die Straße. Die Kurve ist hier. An dieser Seite die Corlington Heide und an der anderen der Wald von Corlington Hall. Wie lange haben Sie hier an der Kurve auf ihn gewartet? Nicht länger als zwei Minuten. Dann hätte er nicht zurückfahren können die Straße hinunter? Gibt es einen Seitenweg? Nein, an der Stelle gibt es keinen. Oder hätte er durch die Heide wegfahren können? Die Heide ist dort ziemlich kahl und flach. Ich hätte sehen müssen, wenn er dort langfährt. So lässt sich also alles ausschließen außer einem Fakt. Er nahm den Weg nach Corlington Hall. Und Mr. Carras, wovon lebt er? Oh, er ist ein reicher Mann. Und wieso hat er dann keine Kutsche? Ja, jetzt finde ich es auch verwunderlich. Aber er fährt oft in die Stadt. Bis zu dreimal in der Woche. Und zwar geschäftlich. Er hat viele Goldaktien. Na ja, so ist das. Sie müssen mich informieren, wenn sich etwas Neues ergeben sollte. Ich bin extrem beschäftigt in diesen Tagen, aber ich werde mir die Zeit nehmen für die Bearbeitung Ihres Falles. Danke, Mr. Holmes. Sie werden inzwischen nichts unternehmen. Über das ich nichts weiß. Bitte. Ich bin sicher, dass wir schon sehr bald alles geklärt haben werden. Deswegen kam ich her, Dr. Watson. Ein wirklich reizendes Mädchen. Und es ist Bestandteil der natürlichen Ordnung, dass Männer solchen Mädchen nachlaufen. Ungewöhnlicher ist schon eine Verfolgung durch Radfahrer. Denken Sie, es ist wahr, dass sie in Gefahr ist, Holmes? Oh, ja. Am Montag hatte Holmes einiges in London zu erledigen. Deshalb beauftragte er mich, den Frühzug nach Farnham zu nehmen und die Fahrt von Miss Smith auf besagtem Stück zu beobachten. Die Szenerie war exakt so, wie die junge Dame sie beschrieben hatte. Ein dichter Wald auf der Seite, die an das Gutshaus angrenzte und völlig offenes Gelände auf der anderen. Ich entschloss mich, ein mir günstig erscheinendes Versteck zu wählen und wartete. Botzen, Sie haben Ihre Zeit vertan. Ich glaubte, so war es gut. Nun, Sie wählten einen Platz, der sehr schlecht war. Sie mussten ins Heidekraut auf der anderen Seite. In diesem Falle hätten Sie den Radfahrer gesehen. Gut rasiert. Dieses Geldstück gehört Ihnen. Danke, Sir. Wie es jetzt steht, waren Sie gut hundert Jahre entfernt und Sie wissen noch viel weniger, als uns Miss Miss zu erzählen versuchte. Sie behaupten, hätte sich tief über das Lenkrad gebeugt? Ja, sehr tief. Nun, dann hat er Sie gesehen und er reagierte perfekt auf Sie. Ihre Bemühungen waren bemerkenswert unklug. Er fährt zum Gutshof und Sie nehmen den nächsten Zug nach London und melden mir den Misserfolg. Nun, ich fand eine Information, die wichtig ist. Der Gutsherr heißt Williamson. Das war auch von hier herauszufinden. Aber nicht, dass er ein respektabler älterer Mann ist. Und daher wahrscheinlich nicht der energische Radfahrer, der die Kraft besitzt, mit eben dieser jungen Dame Schritt zu halten. Was hätte ich denn tun sollen? Sie hätten in die nächste Bierstube gehen sollen. Das ist die Börse für den Dorfklatsch. Dort hätten Sie jeden Namen bekommen, vom Herrn bis zum Küchenmädchen. Sie aber geben mir Williamson. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Bitte sehr. Na, warte! So, was haben wir nun gewonnen durch Ihre Expedition? Den Fakt, dass Miss Misty wahr hat, sagt, es war mir sofort klar. Und dass da zwischen dem Radfahrer und dem Gutshaus etwas ist, das habe ich nie bezweifelt. Und das Gut ist gemietet von einem Mann namens Williamson. Was bringt uns das schon? Ich fahre morgen wieder hin und besuche die Bierstube. Nein, mein Guter, tun Sie jetzt nichts Leichtsinniges. Auf die Art wird auch nichts wieder gut gemacht. Jetzt gibt es nur eins. Warten bis nächsten Sonnabend, lieber Freund. Ist denn wirklich alles so falsch gewesen? Ist recht, Sir. Nun geh. Wünsch einen guten Tag, Sir. Wäre nett, wenn Sie mir einen halben Liter einschenken. Bitte sehr. Wohl bekommst. Danke. Behalten Sie den Rest. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Aber es geht nicht. Ich habe nichts getan für so viel Geld. Ich gebe Ihnen die Chance, was dafür zu tun. Ich brauche ein paar Auskünfte. Ich mag es nicht zu klatschen, Sir. Genauso wie ich. Ich mag Fakten. Ich will was wissen über Carlingon House. Sie meinen Mr. Williamson, Sir? Ja. Ist Pech. Er war vor fünf Minuten hier. Sie haben ihn gerade verpasst. Erzählen Sie von Mr. Williams, und er ist ein älterer, respektabler Gentleman? Oh, ein älterer schon. Es liegt mir fern, von anderen Leuten hinter Ihrem Rücken zu reden. Aber respektabel? Ach nein. Na ja. Ein Ex-Priester, sagt man hier. Ex. So heißt es. Ist gestrichen. Oder wie immer man das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus ohne den Kirchenleuten. Und was ist mit den anderen da oben in Carlingon House? Was die Dienstboten sind, sind alle von hier. Anständige Leute. Gewiss. Aber die Gäste, die kommen am Wochenende. Sind schlecht? Ja, Sir. Sehr schlecht. Wieso? Sagt man das? Na, die sind brandheiß, Sir. Heiß? Ja. Die Sorte, der man nicht näherkommt, wenn man sich nicht verbrennen will. Klingt gut. Gut? Ach, wenn's für Sie gut klingt, Sir. Für uns hier im Dorfe ist es schlecht, kann ich Ihnen sagen. Da ist besonders ein Kerl. Der ist reines Höllenfeuer, Schätze. Sehr richtig, Sir. Übler geht's schon gar nicht mehr. Und ich wette, er trägt einen roten Schnurrbart? Was denn? Kennen Sie den Mann? Ich bin ihm noch nie begegnet. Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Mr. Woodley? Ja, verdammt, ich bin Woodley. Unser Gastwirt führt ein respektables Haus. Ihre Ausdrucksweise ist da nicht willkommen. Was denken Sie, wer Sie sind? Sie kommen hierher und stellen hier dumme Fragen. Der Gastwirt hat ganz recht. Sie sind kein Gentleman. Oh, ich bin so viel Gentleman wie Sie. Das schnägt einfach zu. So was hatten wir noch nie. Wenn man in Ruhe sein Bier trinken und dann das. Ladies and Gentlemen, jeder, der hier anwesend ist, kann bezeugen, dass ich zur Selbstverteidigung gezwungen bin. Mr. Woodley, darf ich bitten? Du Schwein! Nun, Sir, nur ein Raufbold. Nur ein Raufbold teilt Schläge mit der flachen Hand aus. Ein Gentleman benutzt die gerade linken. Dich, Sir. Ich bin ein Gentleman. Es war für mich ein schönes Gefühl, Watson. So sehen Sie auch aus. Eine gerade linke gegen einen um sich schlagenden Raufbold. Das muss man da schon einstecken. Und der schlagende Raufbold? Mr. Woodley wurde heimgebracht im Handkarren. Lieber Mr. Holmes, Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich die Stelle bei Mr. Cursor aufgebe. Der üble Mr. Woodley war wieder auf der Schildern-Range. Ah, aber diesmal kann er nicht hinter ihr mit dem Rad zur Bahn fahren. Tja, immerhin. Der reiche Mr. Cursors, er besitzt jetzt endlich eine Kutsche. Ja, hören Sie. All meine Probleme, am Sonnabend sind sie abgetan. Schon morgen, Holmes. Alle Gefahr ist gebannt. Ich fürchte, Sie gerät in Gefahr. Warum denn? Ich spüre es. Oh, welch wunderbarer Morgen, Holmes. Akzeptables Wetter für diese Jahreszeit. Wer würde einem lieben Mädchen an einem solchen Morgen etwas antun? Ich hoffe, das will niemand. Und doch haben Sie Ihren Revolver mit. Ich sprach von meiner Hoffnung. Ich spreche nicht von meinen Erwartungen. Hören Sie? Was? Da fährt ein Wagen mit unserer Miss Miss. Offenbar nimmt sie heute einen früheren Zug. Und das bedeutet leider, sie wird dann bald von Carlingon Hall vorbeifahren, bevor wir zwei bei ihr sind. Was können wir jetzt noch tun? Wir können rennen. Holmes, wie kommen Sie zu dieser Kutsche? Und wo ist Miss Violet Smith? Das frage ich Sie, denn Sie haben die Kutsche. Die fuhr auf der Straße lang, aber es war niemand drin. Hier ist ein Weg ins Gebüsch getreten worden. Dann kommen Sie doch. Ja, Watson. Da vorne. Wissen Sie, wer das ist? Peter, mein Reitknecht. Er sollte Sie zur Station fahren. Er lebt. Der Puls schlägt gut. Aber er darf nicht so lange hier liegen. Soll er liegen helfen, können wir ihm jetzt doch nicht. Aber vielleicht können wir eine Frau vor dem schlimmsten Schicksal bewahren. Wohin wollen Sie? Zum Haus. Sie sind nicht nach Carlingon Hall. Sie sind darüber, nach links. Sind Sie sicher? Verfluchter Hunde, zu spät. Folgen Sie mir. Watson. Willkommen zu der Party, Gentleman. Ich sag's auch im Namen von Mrs. Woodley. Das nicht, Karasas. Karasas. Ja. Und ich sorge dafür, dass diese Frau vor Ihnen gärt wird. Zu spät. Sie ist mein Weib. Nein. Sie ist deine Witwe. Ich habe es dir gesagt, dass ich es nicht dulden werde. Und wenn ich dafür hängen muss... Als Sie mich angeheuert haben, hat mir niemand gesagt, dass es so ein verdammtes Theater wird. Weg mit Ihrer Pistole. Watson. Aufheben. Und auch Ihre Evolver. Keine Gewalt. Wer sind Sie, dass Sie Ihr Befehl erteilen? Ich bin Sherlock Holmes. Ach, das auch. Ah, du. Sir? Schon wieder Kraft genug, nach Farnham zu gehen? Ja, Sir. Ich bin wieder in Ordnung. Dann bring den Zettel dem Superintendenten der Polizeistation. Jawohl, Sir. In der Zwischenzeit werde ich persönlich darauf achten, dass hier keiner etwas anstellen kann. Was gibt's Neues, Doktor? Miss Miss geht's gut. Soweit das möglich ist in dieser Lage. Und Woodley? Da ist leider kein Zweifel. Er wird überleben. Was? Dann gehe ich rauf und werde ihn fertig machen. Setzen Sie sich auf Ihren Stuhl, Kurs. Was? Schon gut. Es lohnt nicht für ihn zu hängen. Aber wie ändern wir es, dass Miss Miss ihr Leben lang diesem Wüstling gehört? Nicht nötig, sich deswegen Sorgen zu machen. Ich habe sie verheiratet vor Gott und den Menschen. Unter keinen Umständen ist sie als seine Frau zu betrachten. Ist das wahr? Es gibt zwei sehr überzeugende Gründe. Da ist erstens dieser Mr. Williamson, der in keiner Weise berechtigt war, eine Trauung zu vollziehen. Ich bin Priester, Mr. Wood. Schon längst nicht mehr. Wenn ich der Kirche dienen will, kann mir's keiner verbieten. Das sind hohle Worte. Was gilt, ist der Trauschein. Oh, wir haben ja einen Trauschein. Hier, bitte sehr, Sir. Ohne Zweifel beschafft durch einen Trick. Aber wie dem auch sei, es war eine erzwungene Eheschließung, was als eine schwere Straftat gilt, wie Sie bald erfahren. Und während wir hier auf die Polizei warten, Mr. Carasas, könnten Sie eigentlich schon Ihre Geschichte erzählen? Wenn du anfängst zu singen, Bob Carasas, dann mach ich's mit dir wie du mit Jake Woodley. Kein Grund, sich übermäßig zu erregen, Mr. Williamson. Der Fall liegt doch völlig klar. Na, wenn er so klar ist, dann erzählen Sie doch was. Bitte sehr. Mr. Carasas muss zwar ein paar Einzelheiten hinzufügen, um meine persönliche Neugier zu stillen, aber es fehlt nicht sehr viel, um's abzurunden. Da wäre zum Ersten, Sie kamen alle drei rüber von Afrika. Falsch! Ich war nie im Leben drüben in Afrika. Das ist wahr. Woodley beschaffte diese Kreatur nach unserer Rückkehr. Nun dann so, Sie und Woodley, Sie waren bekannt mit Ralfs Miss in Afrika. Sie hatten Grund zu der Annahme, dass er bald sterben würde, und Sie fanden heraus, dass seine Nichte sein Vermögen erben würde. Ist das so richtig? Aber ihr sagten Sie, dass er in Armut gestorben wäre. Obwohl er immer noch lebte, wenn auch gerade nur so. Er war zwar ein reicher Mann, aber ich nehme an, es gab kein Testament. Ralfs Miss konnte weder lesen, noch konnte er schreiben. Aha. Sie und Woodley kamen dann hierher und suchten das Mädchen, wissend, dass sie erben wird. Und jeder wollte einen Anteil. Ich hatte Anspruch darauf, habe Dienste geleistet. Und Sie, Karsas, Sie begingen einen Fehler. Sie verliebten sich in Violet. Es war das erste Mal, dass ich Begriff, was Liebe ist, Mr. Holmes. Warum erzählten Sie ihr dann nicht von der Gefeind, der sie ist? Weil sie, weil sie, 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 sie wäre doch weg von mir. Und das hätte ich nicht ertragen. Was wird jetzt Bush aus meiner, aus meiner Tochter, Sarah? Wir sorgen schon für Ihre kleine Sarah. Es war so. Auch wenn da keine Liebe war. Ich war ja schon froh, dass ich sie, dass ich sie im Haus hatte und hören konnte, wie sie sprach. Sie meinen, Sie hätten sie geliebt, Mr. Karsas? Ich meine, es war eher Egoismus. Ich glaube, dass man beides nur schwer trennen kann. Aber ich habe versucht, sie zu beschützen, wenn sie vorbeifahrend im Haus, wo die zwei Halunken auf der Lauer lagen. Dann folgte ich ihr mit dem Rat, dass keiner an sie herankam. Ich blieb auf Distanz und ich trug einen Bart. Sie sollte nicht bemerken, dass ich's bin. Dann bekamen sie, nehme ich an, das Telegramm. Telegramm? Was für ein Telegramm? Der alte Mann ist tot. Was für ein alter Mann? Gewiss doch, Ralph Smith. Ralph Smith in Afrika. Ja. Aber da waren Sie schon mit Woodley im Streit. Er hatte das Haus verlassen. Woodley kam sofort zurück, denn wir hatten ja die Abmachung. Ich weigerte mich. Ich sagte, ich wollte keine Gewalt gegen Violet. Ein letztes Detail. Ich würde annehmen, für Woodley sind es zehn Jahre Williamson, sieben Jahre und Karsas, in Anbetracht seiner offenen Worte, die das Gericht beeindruckten, sagen wir, sechs Monate. Ja, das ist exakt der Urteilsspruch. Nun, ich habe einige kleine Vorteile, Watson. Hauptsächlich deshalb, weil ich schon eine frühere Ausgabe hatte. Das ist schon mehr als ein Vorteil. Außerdem wurden wir auch noch beschenkt. Etwas Hochzeitskuchen. Mr. und Mrs. Cyril Morton, zusammen mit einem Brief, der uns sagt, dass Mrs. Morton eine große Summe Geld geerbt hat von ihrem Onkel, Ralph Smith, verstorben in Afrika. Das glückliche Paar macht sich die Freude, für die kleine Sarah Karsas zu sorgen, während sich ihr Vater in Haft befindet. Ihr Klavierspiel hat sich weiter verbessert und sie lernt mit Erfolg Radfahren. Ein wunderschöner Tag heute, stimmen Sie zu? Das glückliche Paar macht sich die Freude, und sie lücken sich weiter. mit einem Frischung, alle behernt,